kickball change basic tap up ja dann ruhig mal auch deinen teilnehmer eine kleine pause der ist relativ intensiv der teil der jump der kickball change macht viel jump jetzt öffnen kickball change basic tap up okay letztes mal hier dann ein kleiner frontwechsel nochmal jump hey ich bin's witti aus hamburg schön dass ihr da seid hier wieder auf fitnessschool.tv heute gibt es eine step stunde für euch für dich als trainer und für deine mitglieder in deinem studio fitnessschool.tv